Und im kunsthistorischen Sins wurden viele wertvolle Exponate aus den Kunstsammlungen der Habsburger dem Volk zugänglich gemacht. Just behind Pauline, you can make out two museums created by Gottfried Semper and his Viennese colleague Carl von Hasenauer. Auf der anderen Straßenseite des Rims sehen Sie das eindrucksvolle Areal der Hofburg. Nach den ursprünglichen Plänen sollte dies aber nur Teil eines gewaltigen Kaiservoriums werden, das sich von der Alpenburg über den Ring in den Museumsplatz erstrecken sollte, bis hin zu den Hofstallungen, in denen heute das Museumsquartier untergebracht ist. Dieses Projekt wurde jedoch im Laufe der Jahre stark verändert und schlusslich endgültig fallen gelassen. Vom Kaiservorium geblieben sind der Heldenplatz und der Maria Theresienplatz, sowie die Gebäude der sogenannten Neuen Burk. Opposite, on the ring, you can see the impressive sight of the Hofburg. Inside you will today find our connections, the Evertrust Museum, the old armor chamber and a...